und lösen. Das linke Bein ist jetzt genauso ruhig und entspannt wie dein rechtes und wie deine Arme. Du genießt es, dich immer mehr und mehr zu entspannen. Zieh jetzt deine Schultern bis zu den Ohren. Spann deine Schultern voll an. Spannung halten und lösen. Lass alle Spannung von deinen Schultern abfallen und erlebe eine richtige Erleichterung dabei. Und noch einmal. Schultern anspannen bis zu den Ohren hochziehen. Spannung halten und lösen. Lass die Schultern richtig los. Dabei fällt alle Spannung von dir ab und du fühlst dich mehr und mehr entspannt. Zieh jetzt deine Augenbrauen nach unten und press die Lippen zusammen. Spann dein Gesicht ganz stark an. Halte diese Spannung und lösen. Entspann dein ganzes Gesicht zu einem zufriedenen und glücklichen Ausdruck. Genieße das Gefühl der Entspannung, das sich nun auch in deinem Gesicht einstellt. Und noch einmal. Alles anspannen, Augenbrauen nach unten ziehen, Lippen fest zusammenpressen, bis ein ganz angespanntes Gesicht entsteht. Spannung halten Spannung halten und entspannen und dabei so zufrieden und glücklich wie möglich sein. Vielen Dank.